Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Eigentlich hatte ich gedacht, ich bin über Ostern so ein bisschen faul, aber so ein bisschen gibt es natürlich immer zu tun. Ich meine, wenn du einige Dörfer hast oder einige Accounts hast, dann stellt sich bei mir immer ganz, ganz schnell die Frage, ist Geiz eigentlich wirklich geil? Ich bin so ein Geiz-Knochen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich sorge immer dafür, dass bei meinen Charakteren oder bei meinen Accounts hier immer schön die Tränke schön voll sind. Okay, ein paar Bücher haben wir noch dabei. Wir haben noch eine dunkle Rune. Ich habe noch 22 Mauerringe. Die sollen eigentlich fürs Nachtdorf sein, aber da ist ein bisschen Mau im Moment. Das ist ein bisschen letztlich kann man eigentlich sein. Kann man die Tränke nicht auch irgendwie sinnvoll ausgeben? Ich denke da natürlich jetzt so ein bisschen an die Clanspiele, denn es gibt natürlich wieder ein paar Rewards abzuholen. Und ich hatte mir gedacht, es gibt so viele geile Tränke hier. Trainingstrank einen. Es gibt glaube ich hier hinten nochmal Trainingstrank zwei. Und ich habe fünf. Ich will die nicht verfallen lassen. Das sind drei Stunden Boost, Alter. Das sind drei Stunden Boost, genau wie die Bilder, wie die Bilder Potions hier, also die Bauarbeiter Tränke. Auch drei Stück. Ich könnte reinhauen ohne Ende. Aber ich neige schon fast wieder dazu, die Gems hier zu nehmen. Aber ich glaube, ich glaube nicht. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das manchmal macht. Auch wenn ihr mehr Account, die vielleicht spielt, seid ihr genauso geizig wie ich? Oder hält sich das dann auch eher in Grenzen. Und ihr gebt doch schon mal so eine Pulle aus. So ein Stündchen Boost oder so. Das hätte ich hier die ganze Zeit schon machen können. Einfach mal Stunde Boost hier auf dem Rathos 8. Und dann geht es dabei hier bei so einer. Base hier mit Drachen. Oh, mal nicht. Ach, ich habe ja, okay. Ich lasse ihn jetzt drin hier. Ich habe einen Erdbeben dabei. Den brauche ich vermutlich nur, wenn ich einen Rathos 9 angreife. Oder halt so einen, der so 1000 Dunkles hat. 1000 Dunkles, aber ein bisschen wenig. Elex und Gold. Ein bisschen mehr darf es dann schon sein. So einer hier. So einer tut mir ganz gut. Beide X-Bögen auf Boden. Und wo ist denn? Ah, hier hinten sind die dunklen Pötte. 4000 hat der. Ah ja, 4000. Da kribbelt es einem ja ein bisschen in den Händen. Da kribbelt es mir ein bisschen in den Händen. Mal sehen, ob wir hier so eine Luftabwehr kaputt bekommen. Schauen wir mal. Mit dem Erdbebenzauber, glaube ich ja. Da geht die in jedem Fall weg. Also Merke, Fünferblitz und ein Erdbeben reicht dann auch. Für eine Fünferluftabwehr reicht dann glaube ich nach wie vor der oder die Blitzzauber. Jetzt haben wir hier allerdings... Machen wir mal gucken. Er war arm und braucht das Gold. Er war arm und braucht das Gold. Das kennt er mittlerweile ja auch von mir. Was habe ich in der Clanburg? Überraschung, Überraschung. Oh, ich habe noch einen Drachen da drin. Geile Sache. Noch einen Drachen da drin. Ich habe jetzt natürlich nur einen Wutzhauer. Die müssen jetzt irgendwie so ein bisschen was reißen hier. Aber ich sehe gerade so stark ist er jetzt nicht. Wo können wir denn jetzt eigentlich noch ein bisschen was Sinnvolles mitnehmen. Die kommen sicherlich nicht bis zum Pott. Der hat zwei Feger hier. Da hätte ich eher wieder den Feger blitzen sollen. Aber hier sind so ein paar jetzt gerade am Rathaus. Und wenn ich mein Kinder ein bisschen geschickt setze, wenn die erstmal so einen Funnel geschlagen haben von 180 Grad, dann könnte ich noch an das dunkle Lager kommen. Denn ich glaube nicht, dass da auch doch da ist ein Drache drauf. Oh, da sind die Drachen drauf. Sind sie da wirklich drauf? Ja, da sind die Drachen drauf. Ah, super. Super Sache. 915. Was haben wir denn nicht gekriegt? Den Pott haben wir gekriegt. Hier, komm. Einmal auf Null den Kollegen hier. Das sind 4.000 gewesen, glaube ich. Wo steckt denn jetzt noch? 100? Ah, ne, jetzt ist es auf Null. Jetzt ist es auf Null gegangen. Okay. Gold und Elex hätte ich gern. Dann nehmen wir noch hier das Elex, äh, das Gold mit. Das Elixier brauche ich jetzt nicht ganz so ganz zu zwingen. Ich glaube, das ist nach wie vor das Leidegerathos 8 Problem, dass du an Elex irgendwie nicht los wirst. 51 Prozent, das können wir mal abbrechen, dann schon mal den King ein bisschen. Und, ah, das ist gut. Ich habe nämlich das Dunkle hier ganz ganz hart ausgegeben, muss ich sagen. Ich muss die Drachen aber leider noch mal ausbilden. Ich habe das ganz ganz hart ausgegeben für meine Schweinereiter auf Level 4. 40.000 hat es gekostet und ich hatte mich dann auch da, konnte ich mich wieder nicht entscheiden. Was machst du? Massen Goli, Spaß noch ein bisschen. Massen Helden auf 9. Alles solche Entscheidungen, wo ich nicht genau weiß, äh, haue ich mir jetzt hier zum Beispiel die Dunkle Rune rein. Ich meine, das ist eine Dunkle Rune, die macht ja das einmal komplett voll. Die kommt ja immer mal wieder im Spiel. Und hier geht immerhin 80.000 rein. Ja, das ist nicht gerade wenig. Das würde, das würde bedeuten, ich könnte mein, mein King fast machen und die, die Golis, glaube ich, mit 10.000 mehr. Also wirklich krasse Geschichte hier. Ich fordere eben mal Boden und ein Giftzauber. Und dann lassen wir kurz mal den, den Dicken da recken. Ähm, was haben wir hier noch ein bisschen zu tun? Auch hier weiß ich nicht. Ah, okay, wir haben noch ein paar Herausforderungen. Ich kriege aber auch hier Elex, ihr seht das. Und auch hier habe ich noch einen Bauarbeiter-Trank. Aber ich habe gar nicht alle der Bob ist beschäftigt. Es fällt mir echt schwer, hier jetzt was zu tun. Und die meisten Sachen, die ich mit Elex machen kann, sind nämlich schon alle weg. Also ich kann hier nichts mehr mit Elex machen. Deswegen muss ich natürlich so ein bisschen zum Gold greifen. Und viermal Minenwerfer mit 1,6 Bogenschützenturm. Auch da weiß ich nie, ah, was machst du? Ich glaube, wir schicken schon mal einen auf die Reise. Hier einen Bogenschützenturm. Nehmen wir schon mal einen Tag auch nur. Ich meine, ich stöhne jetzt. Es ist, es ist ein Tag, ich weiß, es ist ein Tag. Und, ähm, aber ich glaube, ich packe das nicht. Wenn ich hier jetzt die drei Boost-Pulen einwerfe, drei Stunden Boost hier, dann werde ich sicherlich meine beiden Bauarbeiter noch rankriegen. Aber so, wie ich das Game jetzt so ein bisschen spiele, ist dann, überwiegt dann doch ein bisschen der Geiz, oder? Endlich haben wir mal einen gefunden hier. Endlich haben wir einen gefunden. Also es hat jetzt echt lange gedauert, jemanden hier zu finden, auch mal richtig was an Gold hat. Das sind natürlich Max oder fast Max Rathaus 8, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe hier eine Katastrophale am Start. Nein, die geht, die geht irgendwie. Mal sehen, was habe ich in der Klornburg? Fünf Riesen. Riesen gehen immer. Die passen nämlich ganz gut hier zu meinem Goalie. Und dann gucken wir mal, wir kommen hier mal dem King so ein bisschen entgegen. Er hat jetzt wirklich ein bisschen gedauert, dass ich hier jetzt mal richtig was reinfahre. So, wo ist der Minenwerfer? Der hat da gerade geschossen. Ich nehme immer ganz Geld meine Mauerbrecher so ein bisschen in Wut rein, dass sie vielleicht noch eine andere Mauer aufmachen. Machen sie sogar sauber. Und dann kann ich hier die Schnitten mit rein, mit rein setzen. Ich habe noch ein Packy dabei. Gut. Die kann ruhig außen rum gehen. Ah, die geht noch nicht mal außen rum. Super. Die geht nicht mal außen rum. Und ich habe noch jetzt sechs Rockrider. Sechs Rockrider am Start. Also mal so ein bisschen bunter Mix hier. Aber hier, ich muss jetzt erst, ich muss jetzt eben mal sehen. Oh, die Valkyren auf 1 haben nicht wirklich Trefferpunkte. Es geht so da in der Mitte. Geht's ja mal gerade so. So, hier können wir noch einen Lucky setzen an der Bombe hier. Bisschen, bisschen doof sind die jetzt gerade geritten hier. Ich glaube, ich muss hier meine Hobbys noch nehmen. Ich muss meine Hobbys hier noch mit reinnehmen. Sonst ziehen wir hier alle Riesen weg. Okay, sie sind weg. Scheiße. Sie Magier noch dargesetzt. Wir können den King hier noch zünden. Außen, ach, außen sind die ganzen Valkyren auch noch mit. Da sind die. Okay. Der Magier bitte auf den Bogenschützen tun. Das wäre ganz schön. Die drei Bogies nehme ich noch zur Unterstützung mit dazu. Ja, das ist ganz gut. Aber meine Hawks reißen noch nicht viel. Die muss ich unbedingt auf vier haben. Die muss ich unbedingt auf vier haben. Aber ich glaube, wir haben die Base hier gepackt. Ja. Okay, wir haben die Base gepackt. Das hat jetzt echt ein bisschen gedauert. Denn wir wollen gleich ein bisschen Clankrieg spielen wieder hier bei den Herausforderern. Und es sind auch wieder ein paar neue, neue mit dabei. Neue nehme ich eigentlich nie so gerne mit in den Clankrieg. Aber mal sehen, ein Angie. Ich habe hier ein Angie 11, den nehme ich auch nicht mit der Versorgung. Das ist ja richtig, richtig, richtig den Schnitt, glaube ich. Den nehme ich auch nicht mehr mit in die Liga. Da muss er leider draußen bleiben. Tut mir natürlich ein bisschen leid, weil er schon mal mit dabei war. Aber es ist mir eigentlich jetzt erst aufgefallen, dass ein Angie ist. Ich gucke mir auch nicht jeden Stunden lang an. Also super gemacht hier. Und natürlich wusste ich jetzt hier bin ich irrer. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum macht ihr diese Armee hier? Ja, so ein bisschen um zu üben. Und ich habe natürlich auch Clanspiele hier mitgespielt. Zwei Leute habe ich entlassen müssen. Man sieht das jetzt gar nicht. Zwei Leute habe ich auch trotzdem entlassen müssen. Ich kann jetzt nicht mehr auf Clank klicken. Denn die haben, oder die Info, ah ne. Denn die haben, ne man kann hier nirgends so klicken. Ich glaube, wenn ich erst abhole, sage, sehe ich ja, wer dabei gespielt hat. Aber es gab zwei 50er hier dabei, die schon lange hier drin sind. Da fand ich ein bisschen mau, muss ich sagen. Ich meine, ich bin selber ein Clanspieleacher. Aber ich habe es mit allen meinen Accounts geschafft, mindestens die 500er zu machen. Ganz einfach, ganz einfache Sache. Hier gab es ja auch die 500er. Deswegen habe ich das natürlich mit den ganzen Accounts reingespielt. Gar keine Frage. Und dann war ich nicht ganz so voll. Und dann wirkt das auch nicht ganz so, ganz so lame hier. Also wieder einmal auf Luft, Luftgift, Luftgift. Ja, Luftgift. Ich könnte auch mal ein Ei mitnehmen. Ja, aber Luftgift ist, glaube ich, ganz gut. 18 Uhr wollte ich eigentlich starten. Wir haben es schon wieder ein bisschen später. Krieg ist zu Ende. Okay, dann machen wir mal, wir beginnen mal einen Krieg. Also wer das noch nie gesehen hat, so jetzt als als Co-Leader oder als Leader hat man das natürlich schon mal gesehen. Aber der King Karl ist sowieso, das ist der King Karl hier, der ist sowieso raus. Okay, die anderen kann ich eigentlich mit reinnehmen. Der Ballistik hier, den nehme ich ruhig mit rein. Die haben sich hier ganz nett vorgestellt. Aber wir haben auch ganz schön viele Greenies, äh, Rote hier. Grisou ist zu Gast. Jawohl, Regenbogenmann, Smacks, die üblichen Verdächtigen. Jonathan lasse ich raus. Der hat letztes Mal schon nicht angegriffen, beziehungsweise er hat ja gefragt, soll ich noch jemanden angreifen? Wo noch ein 9er auf war, den er hätte angreifen können. Ash, NB, Knockout. Toto ist dabei. Oh Gott, oh Gott. Und zwei Socken. Auch dabei. Oh, machen wir mal. Machen wir mal. Ich gehe mal rein. 25er. Okay. Luftgift, das muss ich mir jetzt glaube ich gerade selber spenden. Denn ist es nur eine online tolle Wurst. Alleine. Naja, 329.000 haben oder nicht haben, ist glaube ich jetzt, äh, ja. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Und äh, jetzt gucken wir mal, dass wir den, äh, von wo machen wir den eigentlich? Ah, ich habe zwei Blitz und zwei A. Okay. Also hier müssen die beiden Blitz eigentlich hinten reichen für die 5er, für die 5er Luftabwehr. Er hat jetzt den Feger nach dastehen. Dann kommen wir ihm mal so ein bisschen im Rücken, im Rücken entgegen. Und äh, dann machen wir das einmal so. Schießen hier zwar schon so ein paar, ich bräuchte eigentlich immer Lohns für, für so die erste Luftabwehr in meiner, in meinen, ähm, in meiner Clanburg. Okay, da habe ich jetzt einen Drachen drin. Und einen, und einen Lohn. Okay. Aber hier muss ich die jetzt glaube ich einmal wütend machen, die da, die jetzt zur oberen Luftabwehr fliegen. Die untere geht ja jetzt in jedem Fall weg. Aber die obere, da müssen die jetzt noch ganz schön pusten. Ähm, aber wir haben jetzt schon mal eine ganze Masse an Gold. Mein Kind kann ja auch noch setzen. Und ähm, einen Angriff mache ich jetzt gleich noch mit euch. Dann habt ihr zumindest zu Ostern so ein bisschen was zu gucken. Ist ja auch ganz nett und ich muss wirklich ein bisschen was tun. Ähm, jetzt hat gerade schon wieder jemand in den Chat gefragt, wann gehst du live? Ja, ich bin ganz Ostern glaube ich live. Immer abends. Ich weiß aber noch nicht, ob ich heute Abend auch auf YouTube live komme. Das entscheide ich so im Laufe des Tages aus dem Bauch raus. Ähm, ob ich das dort äh, wieder zweigleisig mache. Also YouTube und Twitch zusammen oder wirklich nur noch auf Twitch und auf YouTube dann gar nicht mehr. Also wenn ich gar nicht mehr auf YouTube streame, dann streame ich nicht mehr auf YouTube. Das ist einfach so. Dann ist das ganz aus. Da komme ich dann auch nicht mal rein oder vielleicht mal rein. Sondern ich mache es dann wirklich nicht mehr. Ich mache es dann wirklich nicht mehr. Ist glaube ich aber nicht so schlimm. Auf Twitch haben wir genauso viel Spaß. Finde ich zumindest immer. Und deswegen war ich ja gestern auch schon da. Also gestern, mit gestern meine ich. Ich nehme ja heute am Karfreitag auf. Am Donnerstag habe ich mich spontan dazu entschlossen, weil kein Mensch gestreamt hat. Keiner Sau hat gestreamt. Habe ich gedacht, komm schmeiß mal selber gerade an. Und dann haben wir wenigstens ein bisschen Clash of Clans. Ob ich das jetzt so ganz alleine für mich spiele. So an meinem Emulatoren oder auch an dem Tablet. Oder ob ich das mit euch mache. Ist glaube ich, sei mal dahingestellt. Aber der wird ganz gut hier. Jawohl. Da ist noch eine dicke Bombe. Und dann haben wir den mal auf 100% runter hier. Also nutzen wir hier mal ganz, ganz hart. Jetzt gerade mal den Boost. Jetzt reißen. Jawohl. Okay, Rathaus 9 Check. Ja, auch das hat wieder ein bisschen gedauert. Ich hatte jetzt eben noch ein Erdbeben dabei immer wieder. Ist nicht so schlimm, weil jetzt mal so ein ganz, ganz harter Cut. Der muss mich ja auch ein bisschen ran halten, ein bisschen sputen. Was habe ich da? Clanburg. Gunter Truppenmix. Okay, okay. Der hat noch keine Queen. Hier sehe ich gerade. Da unten sind 1500. Mal sehen, ob wir uns die holen. Ah, die holen wir uns. Komm, wir holen uns die 1500 dunkles und hoffentlich auch ein bisschen Gold und Silber. Gold und Silber hätte ich gern. So, der Dicke kriegt jetzt erst mal von dem Packer einen auf die Mütze. Und dann kann ich hier jetzt meinen auch mit rein nehmen. Wo ist hier? Da hat der Minwerfer gerade, glaube ich, geschossen. Schaffen die das da? Ah ja, okay. Die haben es, die haben schon mal gepackt. Ich nehme hier durch. Und wo ist denn eigentlich, wo ist hier mein, ich wollte gerade fragen, wo ist mein, ähm, wo ist mein King? Aber der Eier hat da ja mit dem, mit dem Packer rum. Jetzt, die müssen da allerdings erst mal ein bisschen weg. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen doof hier. Das kann ich schon wieder gut ab, dass die Valkyren mir wieder nach außen flitzen. Schön auf die Bauhütte, ja. Können, hallo? Guck mal, wenn ich die schicke, ich schicke die immer ein bisschen versetzter rein hier. Und trotzdem gehen die irgendwie chronisch. Jetzt laufen sie in der Mitte. Tolle Wurst. Naja, egal. Besser, besser spät als nie. Besser spät, oh, was ist das denn? Ah ja, okay, die gehen da zum X-Bogen hin. Alles klar. Und, äh, drei, drei Clean-Up-Boys ist natürlich wieder edel von dir, Toto. Das ist mal wieder, das ist mal wieder richtig edel. So, ein Heilzauber da. Und noch einen da. Toll. Scheiße. Scheiße. Ah, ja. Oh, toll. Mann. Ah, wenn ich was vergeige, dann vergeige ich es aber auch richtig, ne. Ja, die schaffen da. Aber ich hab's, ich hab's, ich hab's dunkle. Mann. Das ist deshalb wieder, ich will, ich will jetzt nicht sagen, suboptimal, aber es war nicht so schick. Meine Herren, die beiden Hexen hier haben, haben wir richtig was gerissen. Das sind die, die hier alles überleben. Ist auch der Hammer. Hexen sind im Moment wirklich stark. Und ich hatte sie, glaube ich, jetzt auf zwei, glaube ich, in der Clanburg, ne. Und ihr seht mal, ähm, wie die hier durch, durch so eine leichte Base natürlich fegen. Die ist ja jetzt keine High-End-Base hier. Aber den haben wir jetzt auch wirklich auf null. Ob die noch bis zu dem Lager da kommen, ob die das noch schaffen, dieses Lager zu holen, hier ist keine, leider keine Mauer offen. Aber mal sehen, da ist natürlich der Magertum, der ist jetzt nicht ganz so stark. Da könnten die, seht ihr das, der ist, der ist nicht mal so stark, dass der schafft, ähm, alle Skelette auf einmal wegzumachen. Und wenn die jetzt ganz nett feuern, die Bogenschützin ist auch noch mit am feuern. Oh, die machen, komm, 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 ein bisschen geht da noch, Leute. Ein wenig geht da doch noch, oder? Eieieieiei, äh, 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 ärgert mich ein bisschen, muss ich sagen, ärgert mich. Ähm, aber was willst du machen? Ah, jetzt kommt der A, der Minenwerfer ist da, okay, dem End komme ich leider nicht. Okay, 160.000 muss ich ihm lassen, aber dann doch nicht so viel an Gold geholt, aber ist nicht so schlimm. Das ist jetzt nicht so super tragisch. 93% immerhin, naja, ich kann meine Drachen jetzt weiterbauen. Und ich kann jetzt sicherlich auch noch einen Bauarbeiter auf die Reise schicken. Wir nehmen die ruhig nochmal. Ähm, wir sind ja noch hier im Boost, aktuell 34 Minuten. Ich hau rein, Leute. In jedem Fall werde ich heute alle Bauarbeiter, denke ich mal, beschäftigen. Mauer, Bomber, Bogenschützen, Turm. Ähm, ich glaube, wir nehmen mal noch ein Kanönchen hier. Wir nehmen mal noch ein Kanönchen mit. Und dann geht das auch schon mal auf den nächsten, auf den goldenen Level, äh, auf Level 10. Und, äh, dann habe ich wenigstens mal wieder ein bisschen was hier gemacht. Aber ihr könnt mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben. Ist Geiz wirklich geil? Seid ihr auch so eine Geiz-Norgen wie ich? Oder macht ihr das anders? Gebt ihr mal schön alles auf Null aus? Und dann mal gucken, was kommt. Es kommt ja immer wieder ein bisschen was nach. Ich überlege mir das mit den Accounts ja auch mal. Aber ich denke mal, haben wir mal jetzt ein bisschen schick reingefarbt. Ich wünsche euch Frohes, würde ich mal sagen. Habe ich ganz, ganz verpeilt. Aber ich glaube, im Community-Tab hole ich das jetzt heute noch nach für euch. Und habt ein paar besinnliche und schöne Feiertage. Vielleicht mit mir abends in den Streams. Bis dahin. Euer Toto. Clashed. Bis dahin. 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 Bis dahin.